Herzlich Willkommen und Heid zu den CIA TV News aus dem Februar. Es ist viel passiert, deshalb kommen wir gleich zur Sache. USA, Colorado. An den Flughäfen der legalen Staaten gibt es jetzt so Abgabe-Boxen, sogenannte Cannabis-Amnesty-Boxen. Dort kann man, wenn man in ein Land oder einer Bundesstaat fliegt, indem Cannabis verboten ist, sein Gras entsorgen. Nun wurden Zahlen bekannt, wonach am Flughafen Colorado Springs ca. 37 Pfund, also fast 20 Kilo pro Woche, in so einer Box entsorgt werden. Angeblich wird vermehrt aus diesen Boxen auch Gras wieder gestohlen, was durchaus eine tolle Art des Weed-Sharing ist, wie wir finden. Übrigens kann man in Colorado jetzt auch ein Cannabis-Studium machen. Dieses Studium soll mindestens 60 Studienplätze bieten und wird vier Jahre dauern und neben Mathematik und Physik vor allem aus Biologie und Chemie bestehen. Leider muss man aber mit diesem Logo zurechtkommen. Der Bundesstaat Vermont kontrolliert schon dieses Jahr die Cannabis-Qualität aller legalen Cannabis-Produzenten. Das VAAFM, also das Landwirtschaftsministerium, nutzt dafür eine Blockchain-Technologie. Sie erhoffen sich dadurch eine verbesserte Qualität der sich im Handel befindlichen Produkte und eine bessere Transparenz für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten. Auch möchten Sie den Ruf Vermonts für die Produktion von qualitativ hochwertigem Hampf durch Überwachung und Durchsetzung aufrechterhalten. Was ist noch so in den USA passiert? Ja, Snoop Doggy Dogg hat in ein Berliner Cannabis-Startup investiert und CBD-Gras ist in der US-Army immer noch verboten. Jamaika möchte endlich Cannabis legalisieren, um den illegalen Cannabis-Bauern zu helfen, was diese seit Jahren fordern. Dadurch wird der nächste Jamaika-Urlaub vielleicht noch interessanter werden. Schweiz Suchtexperten drängen auf einen raschen Start von Cannabis-Modellprojekten. Die Schweiz braucht eine Cannabis-Regulierung, welche die Volksgesundheit schütze und den Schwarzmarkt eingrenze. Das fordert die Stiftung Sucht Schweiz. Die Gesundheitskommission des Nationalrats gab am Freitag grünes Licht für örtlich und zeitlich begrenzte Versuche zur kontrollierten Cannabis-Abgabe. So sollen volljährige Kiffer im Rahmen von Pilotversuchen künftig legal Cannabis beziehen dürfen, sofern es sich um Schweizer Bio-Hampf handelt. Gerade rechtzeitig, denn auch haben die Schweizer die Tabaksteuer auf Hanfblüten gekippt, denn das legale Gras nützt nichts, wenn der Preis einen wieder in den Schwarzmarkt drängt. Dann sind wir schon in Deutschland, wo wir beim Thema sind. Beamte nehmen doch keine Drogen. Oh doch, das tun sie, genau wie viele andere unserer Bevölkerung. Ausgerechnet im Freistaat Bayern, wo die härteste Verfolgung in ganz Europa stattfindet, wurden acht Polizisten vom Dienst suspendiert und Hausdurchsuchungen durchgeführt, weil ihr Dealer sie verpetzt hat. So kann es laufen, wenn Wissende auspacken. Unser Agent Peter war bei einem Treffen der Jungen Union zusammen mit Frau Daniela Ludwig unsere deutsche Drogenbeauftragte. Ja, wie zu erwarten war, blieb Frau Daniela Ludwig nichts anderes übrig, fast ausschließlich über Cannabis und Legalisierung zu sprechen, obwohl sie das eigentlich ausschließlich nicht wünschte. Dabei hat die gute Frau Ludwig wieder mal Aussagen gemacht, die jeder Wahrheit widersprechen. So sagte sie, eine generelle Freigabe von zum Beispiel 6 Gramm Cannabis wird es mit mir nicht geben. Man müsste dann ja analog dazu auch andere Drogen freigeben und 6 Gramm Heroin freizugeben wäre absolut unverantwortlich. Ah, sie setzt also auch Gras mit Heroin gleich. Das zum Wissen stand unserer Drogenexperte. Außerdem will sie der Allgemeinheit weismachen, medizinisches Cannabis enthält kein THC und rechtfertigt die Repressionsmaßnahmen der Polizei gegen Cannabis-Patienten wie folgt. Medizinal Cannabis ist nicht das Rauschmittel wie das, was es auf dem Schwarzmarkt gibt. Das liegt in der Natur der Sache, wie es angebaut wird und vom Wirkstoffgehalt her. Daher muss die Polizei prüfen, ob nicht berauschende Wirkstoffe im Blut zu finden sind. Ja, Dr. Franci Grotenheim erfuhr von ihrer Aussage und teilte mit, er werde sich an Frau Ludwigs Büro wenden und ihr nochmals in seiner Ausgabe als Vorstand des ACM Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, um die Defizite ihres Wissensstandes zu beseitigen. Das ist wohl in unser aller Interesse. Zum Schluss noch schnell nach Österreich. Die Polizisten in Salzburg rüsten gegen sogenannte Drogenlenker auf. Dazu hat die Verkehrsabteilung der Polizei Salzburg auf ganze drei Speichel-Vortestgeräte aufgerüstet. Zuvor hatten sie nur eines. Sie hoffen sich dadurch noch mehr handfreuen, den Führerschein zu zwicken und sind ziemlich stolz darauf, obwohl es immer noch keine festgelegten Grenzwerte gibt. Darum passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und informiert euch über eure Rechte und die Vorgehensweise der Polizei. Dir hat die Sendung gefallen? Drückt auf ein Gefällt mir. Diskutiert mit uns in den Kommentaren und seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin. Oh, ich bin nochmal wieder dabei. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020